9 Sekunden hat das Öffnen des Dachs des neuen Tiroc Cabriolets gedauert. Hallo, mein Name ist Sandro Ebel vom Autohaus Hof in St. Augustin und ich möchte heute aus angegebenem Anlass das schöne Wetter nutzen und Ihnen ein paar Informationen zu dem neuen Volkswagen Tiroc Cabriolet geben, das seit März bei uns erhältlich ist. Schauen wir mal nach. Das Tiroc Cabriolet ist fünf Zentimeter niedriger als der Bruder der Tiroc und insgesamt sechs Zentimeter länger. Was bei dem Tiroc Cabriolet aber auffällt im Vergleich zu unseren bisherigen Cabriolets ist das wahnsinnige Platzangebot im Kofferraum. Das Fahrzeug, das Sie hier im Bild sehen, ist einer unserer Vorführwagen, den wir für Sie für Probefahrten bereithalten. Es handelt sich hier um das Tiroc Cabriolet 1,5 Liter mit einem TSI Motor mit 150 PS und einem DSG-Automatik-Getriebe. Das Auto, das Sie im Bild sehen, hat eine sehr gehobene Ausstattung. Sie sehen die 19-Zoll-Felge Suzuka. Das Fahrzeug ist aktuell in zwei Ausstattungslinien verfügbar. Einmal in der hier gezeigten Ausstattungslinie Style und in der Airline-Variante, die auch sehr, sehr schick ist. Wir bieten momentan zwei Benzinmotoren an, einen mit 115 PS und einen mit 150 PS und den 150 PS-Motor erhalten Sie auch mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG, so wie das Fahrzeug hier dargestellt ist. Das waren nun einige Informationen zu dem hier gezeigten Vorführwagen von uns. Meine Kollegen und ich haben aber noch einige Tipps, vielleicht auch hilfreiche Tipps und Informationen für Sie, die wir Ihnen gerne bei einem persönlichen Gespräch oder bei einem Videocall oder per E-Mail oder auch natürlich per Telefon mitteilen möchten und Sie herzlich gerne beraten möchten. Gerne können Sie auch bei uns Termine für Probefahrten vereinbaren. Unter den aktuellen Vorsichtsmaßnahmen ist das natürlich bei uns auch möglich. Wir achten sehr darauf, dass die Fahrzeuge desinfiziert werden nach Verwendung. Wir tragen einen Mundschutz, wir tragen Handschuhe im Autohaus, also Sie brauchen bei uns keine Sorgen haben. Ein kleines Highlight habe ich aber noch zum Schluss, was auch viele nicht wissen. Was auch neu ist bei dem T-Roc Cabriolet, was wir vorher bei den Cabriolets bei VW noch nicht hatten, ist, dass wir das Verdeck schließen können, indem wir das mit dem Schlüssel machen. Ich habe eben am Anfang des Videos schon gesagt, das Öffnen dauert 9 Sekunden, das Schließen dauert 11 Sekunden, also auch an der Rotphase an der Ampel ist dies möglich und das macht man einfach, indem man das Fahrzeug abschließt, nochmal auf die Abschließtaste drückt und diese gedrückt hält. Das machen wir jetzt. Ich freue mich, Sie bald hier im Autohaus begrüßen zu dürfen. Das gilt natürlich auch für meine Kollegen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und passen Sie auf sich auf.